Hallo liebe Leute und willkommen zu meinem Tutorial wie man, also habt ihr, ihr habt euch sicher schon mal gefragt, also wie andere, die ihre Killmocks so geändert und so, also andere Format und so ja, das will ich euch heute zeigen, wie das geht äh, ich will euch heute die bessere Smiley, also bessere Smilies zeigen ja, ähm dafür müsst ihr erstmal also die Killmocks Dorn dazu müsst ihr, also zu diesem Link, also dazu müsst ihr, zu diesem Link zu diesem Link hier gehen, also den hab ich bei mir kopiert bei euch in der Beschreibung, also Videobeschreibung Ehren die den Klicken die who die 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 mit den raar welch macht es besser wenn ich es nicht mehr ich verstehe ja sein schlägt es ist in den mit Freps. Sorry Leute, dass ich es leckt. Wenn ich mit Freps arbeite. Ach, mach doch. Wenn ihr es gedauertet habt, dann... Also hier, wenn ihr es mit Winterer öffnet wollt, dann kommt ihr da einfach von allein raus. Dann müsst ihr... Also das wird dann schon da sein. Ach, naja, egal. Das wird schon... Also dann... Als erstes, also ich hab hier... Ich hab mehrere auch mehr... Ich will jetzt die besseren gemacht jetzt sein. Ich hab auch mehrere... Also ich hab hier... Also ich hab die alle... Ja... Heute will ich euch... Die sehen. Will ich euch die sehen. Ja... Also... Dazu... Braucht ihr auch vom Crossfire den Dateifad... Also Crossfire... Rechtsklick... Dateifad öffnen... Da kommt ja euer Ordner von Crossfire... Dann müssen wir auf... R E Z... Ei kau traier 했는데... Ist es nicht gesprichtéger... Wir trotzdem hol dir.